Hey, hallo nochmal. Hier der Kai nochmal in eigener Sache. Immer wenn wir auf Tour gegangen sind in den letzten Jahren und alte Songs gespielt haben, wo wir nie die Texte abgedruckt haben, musste ich immer im Internet gucken, wie die denn so waren, weil ich mich nicht mehr daran erinnern konnte. Und was da drin steht, holst du im Leben nicht mehr ein. Ich glaube, da hat jeder Ami und jeder Engländer gedacht, was für Drogen nimmt der Winkenfelder, wenn er Texte schreibt. Das ist jetzt vorbei. Denn jetzt gibt's... Tada! Das komplette Songbook mit allen Lyrics. Und soll ich mal sagen, die stimmen auch, weil die sind korrigiert. Das war auch von mir und dann hat nochmal einer drüber geguckt und dann habe ich nochmal drüber geguckt. Und das ist ein schönes Buch mit wahnsinnigen vielen Fotos. Einige habt ihr vielleicht schon mal gesehen, einige aber auch nicht. Und es sind alle Texte drin von 1988 bis 1900, Quatsch, 2023. Also, ich würde mal sagen, das lohnt sich. Und wo ist das alles? In der wunderschönen Hope Box. Ich schnack sie euch. Tschüss!